Moin Leute und herzlich Willkommen zu einem weiteren Video. Ja, der René hat ein Problem mit seinem Rucksack, jetzt kriegst du dich enger gezogen. Ein neuer Tunnel, hier waren wir noch nie gewesen. Also wir haben die ganze Zeit Aufstieg, 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 jetzt geht es wieder runter, gleich ist dann bestimmt wieder Aufstieg, aber egal. Ich bin grad wirklich an dem Punkt, wo die Beine wirklich anfangen weh zu tun. Schmutz, aber was soll man machen? Oh, René, wie geht's dir? Was geht eigentlich? Der Nacken kommt mit dem Arsch. Ja. Füße gehen, ich werd dir aber immer gleich ins Wasser halten, glaub ich. Ja, Manuel, wie geht's dir? Gut. Gut? Alter, ich krieg's. Wir müssen noch so hart durch die Nacht laufen, ich hab keinen Bock darauf. Jetzt wird noch mal schnell getrunken und dann geht's weiter. Ich hatte noch nie solche Schmerzen. 5, 4, 3, 4, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 1 bis innych. 8, 4, 5, 2, 3, 3, 4, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 20, ת gets asked. 8, 4, 5, 5, 6, 7, 9, 20. 5, 6, 11, 12.